Hallo und herzlich willkommen zur vierzehnten Folge Minecraft Survival Games heute wieder mal mit einem von den Jungs von Twinskins Hi was spielen wir denn heute und auf welchem Server heute spielen wir mal Heidens Sieg also ich glaub Eilig soll das alle von euch kennen auf dem Hive Server genau nicht Hive Pixel nein nicht Hive Pixel und in dieses Spiel geht es einfach darum du bist von Anfang fangen ein Block du musst dich dann also du musst dich dann verstecken aus dem Block und dann geht es auch in die Suche aus die Siegert und die ist nicht an suchen es war auch Lutus Lutus oder ein in dem Bild aber das ist cool V8 nicht gerade an aber ich lege ab und ein Wolken ist nach dem Weg zu reiten das ist die Orte es ist nicht so toll naja aber schlecht ist auch nicht ok 5 Sekunden ich bin zufrieden ich bin zufrieden mal schauen was sag gleich was du bist ich bin ein ich bin ein Anvil lol ich komm nicht in den oh doch da ich bin ein Beacon er hüpft mal bist du ein Speck hier 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 hinten ist bei dieser Treppe er hüpft ab sie sind entgegen das bin ich wo ich gerne müssen laufen bestimmt oh mein Gott raus raus ich kenne dir nach ungefähr ungefähr wohin oder ich stelle mich auf dich drauf das ist immer wieder cool ne das ist nicht so toll doch das fällt hier kommt bestes Versteck für uns oh geil stimmt ok still halt warte ich stehe hier ich bin so lieb ich noch nicht noch nicht noch nicht ich bin so lieb wie was toll toll ich sehe dich nicht ich weiß nicht wer du bist aber egal ich bin einer dieser Anvil das hat sehr viele nein ich bin wieder nicht so lieb ich habe Keks ja was heißt das ja da steht einfach da Bloginfo also was du bist steht in der Bossanzeige und die ist ja also oben ja jetzt ruft mich eben diese Person an die ich vorhin zu dir gesagt habe mhm super komm lass es bleiben es nervt ein bisschen wir sind hier mitten in der Aufnahme und die rufen die ganze Zeit an Achtung es kommt einer es kommt einer die ruft schon wieder an Kuhl war dann erinnert von mir weg ja bei mir auch nein er haut einfach drauf aber genau auf mich haut er nicht drauf ja aber ich hatte auch nicht gehauen das war schon knapp die Welt die besten Sieger sind ja immer die die einen schlagen aber nicht merken dass sie einen Block getroffen haben ja das sind die Besten definitiv die Besten die Besten die Besten hast du ein Holzschwert warte ich ändere mein Versteck siehst du mich? ja ne mach nicht zwei aufeinander mach ich gar nicht nein ich bin weggelaufen oh nein das ist nicht gut das ist nicht gut aber ich finde wieder so lieb so lieb so wie die genau so lieb hier ist die ganze Zeit die Sieger gekriegt ja es kommt da ja es kommt eine Schrift kommt ein Bild echt dort hinten ja gerade ein ein Willen ähm rumgesprungen alter ja sich durch uns niemals jemand ja definitiv es sind nur noch 8 Heiler und schon 13 Sieger ja erst mal kommt niemals hier jemand hierhin und zweitens finden sie uns ja nicht also ich bin ja dafür dass mir noch eine zweite Runde gleich auf das du gerade gelegt er weiß ich habe ich hatte das Mikrofon ausschalten weil ich gerade den ließen musste Achtung es kommt einer ja sehen aber wie auch er an der Köln er ist er kennt er kennt weg es kommt hier wieder der bleibt stehen er kommt er kommt und geht er schlägt die ersten zwei doch auch Prozent Prozent einfach sie nicht hauen jetzt einfach stil stehen bleiben er hat auf mich gehauen und mich aber nicht getroffen sie haben nicht mehr stimmst sie haben die ganze Zeit auf mich aber mir macht es keinen Schaden Borki das ist es auch und wir sind die letzten sechs es ist so toll er ist ein weiterer der hat auf mich rein aber das macht mir keinen Schaden Achtung und ich glaube das ist wirklich Bank schon wieder haben wir wobei mich schlagen sie nie Achtung es kommt wieder jetzt jetzt hat er das war mal mein Ende 30 Sekunden musst du überleben das ist schwierig verdammt schwierig es kommt noch ein zweiter ich seh dich halbes Leben nein renn um dein Leben zu spät die rennen immer an mir vorbei aber sie schlagen mich äh sie schlagen mich nicht oh Mann hätte ich jetzt noch mehr Zeit können dich zu dir kommen noch fünf Sekunden und sie steht vor mir ja sie ist sie will mich schlagen ja Prozent zu verholen nun Achtung Stolkern Na cool und wollen wir jetzt mal noch eine Runde Splack machen ja direkt anhängen oder eine neue Form ja direkt direkt anhängen direkt anhängen ja können Splash, Splash, was auch immer ja Splash, Splash, Splash Splash, Splash, Splash ok ok SP 37 ja bin drin gut ich auch Maps welcher ist gut T-S-S-S-Volt Ufo ist cool glaube ich ne komm, mach mal 6 was ist 6 irgendwas anderes ok ich schwöre äh oder sowas ok noch eine Minute dann geht es los ok 76 was jetzt mal ein Texte per Kiefer rein Oh nein, das Texte, ja aber Max ist jetzt noch kurz nee in der nächsten Runde versprochen kommt das rein ich weiß es ist, dass es vergessen ist nee, ich vergesse es nicht erinnere mich, ich bitte daran nein ok, das ist ja aber ich glaube ich werde es auch vergessen gut und irgendwie ich muss sagen obwohl ich das noch nicht so lange machen mit YouTube so Aufnahmen machen immer extrem Spaß ja ist so weil da passieren immer Dinge die vorher noch nie geschehen sind aber immer ja ist so das ist das Tolle daran man muss spontan sein ok, noch 8 Sekunden, cool gut, das ich glaube es gibt auch wieder eine längere Folge, weil wir sind jetzt schon bei 8 Minuten 45 Sekunden, circa echt? ja ok, oh nein, ich bin direkt runtergefallen oh nein, nein, nein ja, man kommt immer wieder hoch oh Gott, hier hat es T and T and then I might T and T oh warte, ich hätte ich fast runtergeschubst oh guck mal unter dir, pass auf oh mein Gott das war aber extrem knapp ja ok, ich bleibe auch für hier ah, hier unten hat es auch noch ich bin oben nein nein, beinahe ganz runtergefallen gut, habe einen runtergeschubst wow, wow, wow hier jetzt einfach nicht runterfallen oh cool ich habe einen super Platz gefunden na ernst, oh cool ich bin es ist ja richtig gut dran das war die ganze Zeit AFK das war jetzt das war jetzt so was von knapp ja, alter ich sagte, ach, das ist sehr knapp I know this shit oh mein Gott oh, ich bin sehr knapp na, beinahe runtergefallen aber wir gehören zu den letzten neun Spleegern ach, nee, mein wein nein musste das sein was ja, du hast mich runtergeschossen ernsthaft? ja hey, hier hat es noch einen auf dem obersten der ist auch schon mehrmals in einer Folge gewesen ich spectate dich vorsicht, vorsicht 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 kommt gut ah, ich war gerade war gerade gemutet sorry vorsicht es ist immer knapp ja, wenden bitte wenden oh, oh, oh oh, oh ich bevor ich trennen rennen 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 das hat mich auf güсьeren auf dem obersten hat es eben immer noch ein echt der war glaube ich schon jetzt mit zweimal in meiner Folge nein nein vorliegen er würde sagen ja ich war zu sehr damit beschäftigt den anderen runterzuschießen und wir werden noch noch wie viel wie lange geht schon ja elf Minuten ich würde sagen denn nur noch ja klar wird es uns jetzt so lange gut dann würde ich sagen was das für diese Wolken folgen und es geht es für diese Folgen wir haben jetzt auch mit ihr zu tun mit dem 1 wenn sie euch gefallen hat lasst eine Bewertung hier könnt ihr sie von mir hier lassen aber sie sind nicht die Zeit nicht verpflichtet dann wünsche ich euch viel Spaß bei den nächsten Folgen wenn das will wenn noch welche kommen das weiß man ja nie vielleicht geht ja die Welt unter und gehen und alle sterben oder denn bald bis zum nächsten Mal macht's gut tschö tschau